Der Bitcoin-Preis pumpt in einer Stunde 6.000 Dollar in die Höhe, bis auf 38.000 US-Dollar sind wir Stand jetzt hochgelaufen. Warum das Ganze? Und zwar, weil Elon Musk um 9.30 Uhr unserer Zeit in seine Twitter-Bio hier Hashtag Bitcoin geschrieben hat. In den Finanzmärkten ist ja einiges los. GameStop etc. Kleinanleger können zum Beispiel auf Robinhood, auf Trade Republic etc. nicht mehr diese Aktien weiter kaufen. Also die großen Hedgefonds, die Kunden von diesen Trading-Plattformen werden geschützt. Die User, die Kleinanleger können nicht mehr weitermachen und da stößt natürlich diese ganze Thematik auf große Kritik. Auch Elon Musk hat sich vorher dahingehend geäußert, hat gesagt, man kann keine Häuser verkaufen, die man nicht besitzt. Man kann keine Autos verkaufen, die man nicht besitzt. Warum kann man Aktien shorten, die man nicht besitzt und hat das Ganze kritisiert und hat dann noch einen Tweet rausgekommen und hat gesagt, es ist eigentlich unvermeidlich und dann ein paar Minuten später kam hier das Update hier in seinem Twitter-Profil mit Hashtag Bitcoin. Im Endeffekt wissen wir jetzt nicht, ob er es jetzt so ernst meint oder nicht, aber den Effekt sehen wir hier ganz klar. Als ich das hier auf Twitter gepostet habe, war es noch plus 5.000 Dollar, aber inzwischen sind wir auf knapp 38.000 US-Dollar hochgelaufen. Und was man auch noch im Kopf beibehalten sollte, ist, dass die Amerikaner ja gerade noch schlafen, also die kriegen das sogar noch gar nicht mit. Und das könnte noch zusätzlich an Dynamik hier gewinnen. Natürlich auf dem Markt generell ist sehr viel los. Dogecoin wird zum Beispiel auch komplett durch die Decke gehauen. Hier 300% in den letzten 24 Stunden. Hier CoinMarketCap hat auch WallStreetBets hier auf Platz 0 als Joke hier mit aufgenommen. Und das Ziel soll ja hier angeblich bei Dogecoin sein, hier das Ganze auf einen Dollar zu treiben. Da möchte ich euch aber ganz klar warnen, dass da natürlich sehr große Gefahren auch herrschen. Wenn ihr dann zu spät einsteigt und dann der Kurs irgendwann einstürzt, der Kurs wird irgendwann einstürzen. Das wird irgendwann, es ist einfach ein klassischer Fall vom Pump and Dump. Und wenn ihr dann zu spät seid, das ist wie bei Reise nach Jerusalem, wenn die Musik dann aufhört und ihr seid dann nicht gut aufgestellt, dann verbrennt ihr euch und deswegen möchte ich euch ganz klar hier appellieren, dass ihr da auf euch aufpasst und nicht euch die Finger verbrennt und hier hinterherläuft, wie zum Beispiel bei Dogecoin. Bei Bitcoin genau das gleiche, das kann natürlich sich auch schnell widerlegen. Aber ich bin echt gespannt, was passieren wird, wenn die Amerikaner dann auch aufstehen, diese ganze Thematik dann auch noch mitverfolgen, was vor allem den Bitcoin-Preis dann auch angeht. Weil diese Korrelation ist ganz klar, 9.30 Uhr kam dieses Update um den Dreh und dann hat sich das auch sehr schnell verbreitet, dass er das in seiner Bio hat und dann 5.000, 6.000 Dollar in die Höhe geschossen. Und auch Ray Dalio, ein Milliardär und Hedgefondsmanager, auf dessen Stimme auch sehr viele hören, seine Meinung ist gefragt. Er war ja ein sehr großer Bitcoin-Skeptiker und auch er hat sich komplett hier umgedreht, was seine Meinung angeht und sagt hier zum Beispiel, hat Bloomberg hier gepostet, Bitcoin ist eine verdammt gute Erfindung. Auch das ging gestern schon viral, wurde sehr positiv aufgenommen und wir sehen das jetzt in vermehrter Form, dass diese institutionellen, dass die einflussreichen Personen, vor allem jetzt mit der Thematik, was auf den traditionellen Finanzmärkten los ist, dass diese zentralisierten Plattformen die Macht darüber haben, was auf den Finanzmärkten passiert. Und das ist natürlich, was sehr stark dann kritisiert wird und als Lösung kommt dann immer als erstes in den Kopf, dezentralisierte Plattformen, Decentralized Finance und dann natürlich auch Bitcoin in dem Zusammenhang. Und das ist ja auch der Vorteil von Dezentralisierung und auch von Bitcoin, dass da keine einzige Entität entscheiden kann, was auf dem Markt passiert. Es ist ganz frei, man kann immer traden, 24-7, keiner kann entscheiden, du darfst jetzt nicht mehr traden, du darfst jetzt nur noch verkaufen etc. Und deswegen kommen jetzt auch diese großen Leute darauf, dass das eine sehr gute Erfindung ist mit dem Bitcoin. Abschließend möchte ich nochmal ganz klar sagen, aktuell für diejenigen, die jetzt vielleicht hinterherlaufen wollen, die Volatilität ist natürlich jetzt hierdurch sehr, sehr hoch, wenn wir hier in den 15-Minuten-Chart zum Beispiel reingehen. Es geht jetzt hin und her, es wird sehr gefährlich, wenn ihr vor allem jetzt mit Hebel tradet auf Bybit oder so. Passt auf euch auf, nicht zu große Hebel nehmen, weil sonst seid ihr sehr schnell raus. Ihr müsst euch überlegen, wir waren hier gerade auf 38.000 US-Dollar und innerhalb von 15 Minuten sind wir 2.000 Dollar runtergefallen und jetzt geht es schon wieder hoch. Also die Volatilität ist da aktuell natürlich sehr, sehr stark und deswegen verbrennt euch bitte nicht die Finger. Das war das kurze Update zu den aktuellen Geschehnissen. Ich weiß nicht, ob ich heute Nachmittag nochmal ein Video in ausführlicher Form auch mit dem Chart dann nochmal bringe. Falls ja und falls ihr es mitbekommen möchtet, abonniert einfach gerne den Kanal und vielen Dank für das wirklich positive Feedback vom Livestream auch von vorgestern. Das hat mich sehr gefreut, dass euch das so Spaß gemacht hat. Und wenn euch dieses Video auch gefallen hat, lasst gerne wieder einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.